Hier daneben. Aber da ist der Typ. Wollen wir den Typen zu den anderen locken? Der hat ihn schon gesehen. Okay, ich schlaufe. Zum Glück, der hat der Bion her. Ja, er soll mal hier reinkommen zu den anderen. Wo ist denn der? Oh, hallo. Ja, sehr gut. Sie kommt. Sie hilft. Los. Mal hier fertig. Warte. Wir lassen ihn reinkommen. Haha. Ja, ja. Mache ich schon. Ich bin vorsichtig. Ich habe den voll den Kopf weggeschossen. So, einen wunderschönen lieber Zockermannscher. Was? Er holt sich vom Bandscheibenvorfall. Sehr geil. Äh, wir sind wieder zurück ins State of Decay 2 mit den üblichen Verdächtigen. einmal der Fanwolf ne Moin und der Happy und diesmal sollte es glaube ich klappen dass äh unser Fanwolf nicht mehr rausfliegt ich hoffe es ansonsten ist es ein sehr produktiver Tag heute wir wollten heute auch zum Beispiel GTA versuchen weiter aber die Server sagen einfach mal nein Guck mal wer hier auf der faulen Haut liegt mit dem Bier paar Biere wie viele Zombies hier rumlaufen davor waren es nicht so viele oder oder kommt es mir nur so vor mal gucken aha hier sind ein paar Sachen für mich Molotow nice jetzt können wir Grillparty feiern und Feuerwerkskörper Benzin wir gar nicht mal so schlecht ich glaube äh einer der Wegen bräuchte was immer zu Hause eine Pistole ein paar Rang der P226 eine P eine P eine Pistole ah Pistole ok hab ich grad wundern so hä und was ist das eine Pistole ich würde schon fast sagen ist ein Jackpot äh hier sind irgendwie zwei Kisten für Jens und eine große Konservodose für Happy in in den kleinen Kabuff nebenan eine G17 Alter was geht mit euch ein Backpack Munition ich fass es nicht ich will jetzt auch nothing else exciting around here guten Loot oh ships will auch eine Pistole und eine Wumme und weiß nicht was so wie gestern ey ich find hier nix und da muss ich looten und da muss ich looten und da muss ich looten ich hab ein Fahrrad gefunden toll ah dann fass da ne ein Fahrradgenerator können können die Leute wie Lemminge strampeln und mir Energie produzieren so in welchem Raum war noch was ähm im Kabuff nebenan hallo also hier ist noch jede Menge für Björn ne im Haus bin ich noch nicht fertig ach im Haus ist ja noch nicht fertig ich hab erstmal die zwei kleinen Dinger links und rechts gemacht das beste ja hinter hinter der Tür gleich bitte äh wenn du reinkommst rechts hinter der Tür oder mal ach so du meinst hier ja hier Eingang links wenn du rauskommst rechts da hinten da ist hier noch was ah ja da ne kleine Brotbox ja ich hab ja noch ein Backpack Benzin ich leg mal ein Backpack ab ne ja uuuh auch ne Pistole eine PPK genau dieselbe die du auch gefunden hast immerhin so jetzt fehlen mir nur noch ein Ding mal gucken wo das letzte Ding ist wo ich wusste ich beim Bären aha hab mir keiner am Bären aufgebunden was ist denn das interessant eine SP 101 Devil LED 22 scheint irgendwie und ne Grußkarte auf der Vorderseite ist ein Elefant abgedruckt noch im Haus interessant draußen ist noch ein Auto zum Blut und Björn ja äh auflegt also rein theoretisch konnte ich mit dem Krankenwagen schon wieder nach Hause fahren weil der ist voll ja meiner ist auch schon voll ja der andere Wagen ist auch schon voll noi okay lag noch irgendwo irgendwas also ich habe noch zwei drei hier ist noch was für dich Jörn Moment wo ist was für mich ich komme eben Moment ich muss ja mal gucken ja gut ich hätte einen Platz frei ich habe noch drei frei gut dann muss die Feuerwehr noch ein kleines bisschen warten wir müssen erst mal abgeben so was meinst du wo ist was für mich hier der Wagen ah okay wird mir für dich angezeigt äh ja ich suche oh guck mal da hinten wird geschossen das ist gut naja eigentlich nicht ob er noch ob er auch verkaufen wirklich ja gehen wir mal schnell hin der ist gerade runtergegangen der Idiot müssen wir also doch den Infektionsherd machen so ist sie das nee ja wir helfen schon kein kein Ding eh so na toll müssen sie jetzt nach Hause beleiten können wir ja machen später lustig hä wo denn ist sie reingegangen ja sie ist reingegangen alter warum macht sie sowas ja genau sind wir doch bei der voll weg gelandet ja aber das können wir später looten so ist sie hinter mir ja sollen sie bloß mitkommen wo muss ich sie wo müssen wir sie ja abgeben da hinten liegt auf dem weg ok den bringen wir sie schnell nach Hause vielleicht können wir da sogar Sachen verkaufen ja ok aha ich glaube die Kuh hat den Typen hier angegriffen sieht fast danach so aus oder er hat die Kuh angegriffen auf jeden Fall beide haben verloren oh guck mal da da ist was dickes jetzt ist ein Auto dazwischen und weg ist er so und sie ist drin jetzt die Frage wo was was war das was ist passiert raus hier wer auch immer im Auto ist der soll raus ok wow ist die Person jetzt gestorben nö wo ist denn die jetzt die ist auf jeden Fall nicht mehr bei mir die ist despawned ja weiß ich nicht die ist despawned man die ist hier nicht wow ich steig mal ein vielleicht kommt sie nach läuft das das gut ok ok fahren wir nach Hause nee da hinten ist sie wo kommt die denn her ok wir bringen sie erst nach Haus wie war das hier die Straße runter ja hier die Straße runter vorsicht happy rinds gibt es ein extra Schild für dich so hier sind sie hi jetzt Ich mit Troy. Hi. Okay. Hm. Okay, was nehme ich denn jetzt? Erstmal Alkohol ist heutzutage wertvoll. So gesagt, oder so nach Motto, Alkohol ist kacke, das hat den erst in die Schlamasse gebracht. Also ich würde schon sagen, Alkohol ist wertvoll wegen Dings da, denke ich mal. Kann man verkaufen. Wie geht's? Ich mache es dir, wenn ich kann. Oh, hey. Willkommen. Gut. Also hier kann man auf jeden Fall Sachen kaufen. Mit Leiter anwerben. Handel? Achso, ging nicht. Die verprügeln da draußen. Sollen sie. Frage, was verkaufen sie denn? Na ja, egal. Habt ihr was zum Verkaufen? Ja, okay. Die waren so viele Sachen zum Verkaufen. Glaube ich nicht. Also einige davon würde ich eher aufbewahren. Oh, das kann weg. Das ist die selbe Munition, 220. Ja, das kann... Wow, das nicht. Äh, ganz schön viele 220er habe ich als Munition. Äh, Moment. Ich kann das hier nehmen, den Wagen auftanken. Dann hätte ich auf jeden Fall ein bisschen Platz im Inventar, um ein paar Sachen zu verkaufen. So. Was bedeutet denn, verkaufe ich das? Okay. Das ist Twain, Broadcaster 9 von meiner neuen Improved Location. Jetzt, ich bin nur hier, dank der schweren Argen, die Verkaufungen von anderen in der Netzwerke gemacht wurden. Dein Effekt ist zu kritisch, meine Freunde. Bleib dir faith. Ah, der Revolver kann ich bestimmt verkaufen. Der braucht schon so einen komischen Revolver. Äh, na gut. Können wir auch verkaufen. So, gucken wir mal. Haben die interessante Sachen dabei? Hm, Hilfe! Draußen, da ist was Böses. Verkaufungen. 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 Der hat mich mal fast weggemacht. Ich muss mich mal verbinden. Hey! Hallo! Wer sind Sie denn? Hi! Hi! Habt ihr was zu verkaufen? Ja, warum nicht? Hm, wie bitte? Nix. Die hat auf jeden Fall einen Achterrucksack. Äh, Achterrucksack haben wir genug. Au revoir, mein Freund. Gehört die etwa dazu? Tatsächlich. Haben die... Haben die verschiedenen Leute verschiedene, oder ist es eine ganze Sippe? Dann sind es ja nicht so tolle Sachen, die wir haben. Ne, den behalte ich. Hi! Ich würde mich überraschen, wenn du mich öffnest. Okay, ich glaube so. Hm, ob es dem was ausmacht, wenn wir hier ein bisschen looten. Also, ich bin schon die ganze Zeit. Was? Noch ein Fahrrad zum Verkaufen. Okay. Wir gucken mal. Oh, hey da! Ich würde einen Verkauf machen. Okay. Ich glaube so. Dann verkaufen wir das, äh, das. Dann gucke ich mal. Was kann ich denn mitnehmen? Spielzeug. Ein Bambi nehme ich mit. Ein Tranchiermesser. Jetzt gibt's Trutan. Ist hier noch irgendwas? Schade, dass man nichts sieht, was man mitnehmen kann. Was? Der Typ guckt mich ganz schön böse an. Ich frag mich, was er will. Nur das Beste von dir. Nichts gefunden. Ah, Kühlschrank kann ich noch durchgucken. Es gibt nichts mehr hier. Wieder voller Stress hier. Feuer in den Hohen! Aha. Happy hat ein Geheimversteck gefunden. Du hättest auch den Knallkörper verkaufen können. Glaubst du wenig. Punkte ist Punkte. Was meinst du mit, ach du Kacke? Ach du Kacke! Ja. Das Gute ist ja, Jens und ich stand hier an den Autos und warten, wenn der Digi rüber kommt. Ja, wir sind dann sowas von fertig. Geil! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber da in der kleinen Hütte ist auch noch für dich. Echt? Jo. Ich dachte, da hätte ich schon alles leer gemacht. Nein. Nice. Ich hab ein Auto gefunden mit 6 Plätzen. Guck mal hier. Ein 6-Platz-Auto. Direkt hier daneben. Aber da ist der Typ. Wollen wir den Typen zu den anderen locken? Der hat ihn schon gesehen. Oh! Okay, ich schlaufe. Zum Glück rennt der hinter Bion her. Ja, er soll mal hier reinkommen zu den anderen. Wo ist denn der? Oh! Hallo! Ja, sehr gut! Sie kommt! Sie hilft! Los! Mai, fertig! Warte! Wir lassen ihn reinkommen. Haha! Ja, ja, mach ich schon. Ich bin vorsichtig. Ich hab den voll den Kopf weggeschossen! Da geht mein letzter Schuss. Ist der bald mal tot? Jetzt ist er tot! Yes! Da haben wir es! Hi! Hi! Wir haben einen Juggernaut fertig gemacht. Läuft bei uns! Und ich habe zwei Splittergranaten in diesem Auto gefunden. Hm, das könnten wir doch mitnehmen, oder? Ein sechster Platz mit Kofferraum. Wenn wir den nur reparieren, dann... Klar, wenn wir dann... Also, das Ding müssen wir uns auf jeden Fall merken. Wo da ist... Ich würde sagen, bringen wir ein oder zwei Autos wieder weg und dann, äh... Oder Jens will sein behalten. Ich würde alle behalten. Haha! Falls meins kaputt geht, stimmt eigentlich. Ja! Nicht, dass ich irgendwie, äh, gierig bin, oder so, aber... Ich bin grad... Ah! Sehr gut! Äh... Ich geh mal schnell zum, zum, zum Außen... Ja! Das Reparaturkit sitzt Auto, äh, äh... Sehr geil! Das ist gut! Äh... Ich geh mal schnell zum Außenposten und, äh... Ihr... Dingsherum... Mach ein bisschen Lucky Lucky, um zu gucken. Was hier so abgeht. Hey! Geh ran! Und hoch mit mir! Muss ich mir merken, das bedeutet, äh... Den nächsten Koffer, den ich finde, den... Muss ich mal bei mir dran setzen. Yay! A Screamer. Now, that's a great Outpost site. We've got a Horde in the area. Die Tankstelle, eine Horde... Schön! Ach, da ist noch was. Happy geht schon los in den nächsten... Uh! Wieder was zum Luten! Klar, das magst du wievieler zum Luten für euch drinnen ist. So, ich bin fertig hier. So... Geh zum... Hochklettern. Ne, ich will eigentlich nach unten klettern. Zack! Vorsicht, ich will nicht nochmal runterfallen hier. Oh, bei mir ist eine Horde. Ob die Schüssel sie angelockt haben? Nein! Nö, überhaupt nicht. Gut, wie sieht denn der Wagen aus? Alter, was für ein geiler gepanzerter Wagen ist der denn? Er ist ein Cheap, ne? Also, ich glaub, den nehmen wir jetzt als neuen Wagen, ne? Warte mal, das ist, glaub ich, den, den ich auch hab, nur aufgebessert. Ich guck mir das fast vor. Ja, gut, fahren wir nach Haus. Ich würd' ich sagen. Dann, kommen wir nochmal hierher und holen den Wagen ab. Ich würd' dir jetzt meinen erstmal hier gelassen. Achso, okay. Achso, okay. Ja, ist auch in Ordnung, dann lass deinen hier. Nice. Das nenne ich mal. Ich bin das hier. Ich hab' neuen Outpost entdeckt. Die man benutzen kann. Zwei Parkflächen, ein Getreih-Silo, ein Mannschaftshaus, ein Brunnenhaus, eine Landküche, zwei große Slots, einen kleinen Innenbereich und zwei kleine Außenbereiche. Ist gar nicht mal so schlecht. Und ist relativ mittig, oder? Naja. Vielleicht finden wir hier unten auch was besseres. So, okay. Dann ab'n Haus. Wie die Dukes hier rasen mir entlang. Ich find's schade, dass der Krankenwagen keine Sirene hat. Hat er. Ey. Geh die. Ich weiß auch nicht, wie man die benutzen kann. Also ich geh mal davon aus, weil er ist ein Krankenwagen. Ja, aber hier könnt ihr auch nicht schuben, oder? Doch. Mit H. Oh Gott, er hat die Sirene einmal. Nein! Hätte ich bloß nix gesagt. So. Habe ich noch Platz? Ne, natürlich nicht. Gebe ich erst mal alles ab. Macht erst mal die Sirenen an. Direkt vorm Haus, ja? Hey, everyone. Wir sind eine verdammte Welt-Superpower. Jetzt schau mal an das. Ich brauche einen Sprecher. So, dann kommt das, 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 das. Er wird sich noch mal überlegen, zu uns zu kommen. Wir sind hier die Samurai Pizza Cats. Ha! Samurai Pizza Cats! Hey, Moment. Na, hey, Moment. Wie fehlt das? Was fehlt? Das Lager. Geh mir. Dann scheint ihr, den Bug wieder zu haben. Ich habe es noch mal weggemacht mit einloggen und ausloggen und den ging's. Ich bin einmal auf meine totalen Glaubensinnen wieder. Ah, okay. Wie ist denn das, wenn ich jetzt meine Sitzung gebe, sind dann die Sachen trotzdem noch im Rucksack drin? Ja. Ja. Das ist alles in dein Rucksack, ja? Du packst auch einfach in den Kofferraum. Dann wirst du schon raus. Äh, Bricheisen kommen weg, dafür kriegt die Betonstange. So. Wie sieht's aus? Wie ziehe ich Hilfe? Das geht nicht. Ich kann hier Mod installieren. Okay. Fahrrad installieren. Na ja. Was ist mit dem Fahrrad hier? Äh, da, 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 das braucht Wasser, das braucht Wasser, das braucht auch Wasser. Haben wir kein Wasser mehr? Kein Wasser mehr. Wir können hier einen einfacheren Weg nutzen, um Wasser anzustellen. Und dann einmal den Wasserhahn anzustellen. Zack. Und wir haben wieder Wasser. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das kann. Oh. Nice. Erste-Hilfe-Kasten. Die können ja einiges. Aber die sind auch mega teuer. Nee. Lass ich lieber. Oh, wow. Hätte ich das jetzt, hätte ich das gewusst. Und zwar, weil ich jetzt die Krankenstation noch höher gemacht habe. Äh, verbraucht die jetzt sogar, ähm, ein Baumaterial pro Tag. Was? Ja. Ja. Die ist jetzt auf Stufe 3. Ein Baumaterial pro Tag. Na toll. Ja, aber ich würde sagen, äh, wir haben schon wieder eine kleine Überlänge. Haha. Haha. Dann würde ich mal sagen, äh, machen wir mal Feierabend für heute. Und sage mal Dank für's Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Bye. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs am Tisch knallen, ne? Haha. M Komm. fits alright? Nice.